Wurden Sie schon mal von Kindern gefragt, warum sie so böse sind? In Anführungszeichen natürlich. Ja, eigentlich nicht, weil die Kinder ja nun auch schon begreifen, dass die Geschichte ja nun so ist und dass das ja nun nicht ich bin, sondern eine Rolle ist und dass diese Rolle nun mal böse ist und dass sie sich dann am Schluss auch freuen, wenn der stirbt. Aber ich habe ja versucht, das war mir auch ganz wichtig, dass man eigentlich auch über den Scar auch ein bisschen lachen kann. Also dass Kinder nicht nur Angst haben vor ihnen, weil ich finde, selbst die Bösewichter, und das ist bei Disney meistens der Fall, dass die irgendwo doch ein bisschen so überzeichnet sind, dass die Kinder zwar schon Respekt und schon, jetzt ist es natürlich auch altersabhängig, aber dass sie schon ein bisschen Angst haben, aber dass sie trotzdem diese Angst sich wieder weglachen können und dass sie einfach doch irgendwas, ja, über irgendwas nicht ganz so ernst nehmen.